Verbesserung beginnt im Kleinen, im Vorhaben neue Wege zu suchen und unsere Logistik einen Schritt weiter zu bringen. Deshalb haben wir auf über 30 Hektar ein modernes Logistikzentrum gebaut. Ein Logistikzentrum, das optimale Einlagerungsbedingungen schafft. Hier und hier, vom Großen bis ins Kleine. So garantieren wir die Qualität unserer Lieferungen. Bei jedem Wetter. Wir lagern verschiedenste Ersatzteile ein. Deshalb haben wir für jedes Teil passende Lagermethoden entwickelt. Ein eigenes Blockheizkraftwerk versorgt uns nachhaltig und effizient mit Wärme und trägt bei Spitzenlasten zur Energieversorgung bei. Wie wir Energie braucht unsere Umwelt ihren verdienten Ausgleich. Einen Ausgleich, den wir auf weiteren 30 Hektar geschaffen haben, damit auch er seinen Weg findet. Liebherr-Originalverpackungen werden individuell auf die Ersatzteile abgestimmt. So garantieren wir idealen Schutz auf dem Weg zur Baustelle. Wir optimieren unsere Einlagerung, Abwicklung und Sicherheit und bringen unsere Logistik so täglich einen Schritt weiter. Denn Verbesserung liegt in jedem Schritt.